Nehmen wir ein Nachgefühl. Das ist das Wichtigste beim Backen. So, als nächstes zwei TL Backpulver. Was ist das schon wieder? TL? Teelöffel. Teelöffel. Wir machen doch kein Teegebäck. Wir backen einen richtigen Kuchen. TL bedeutet bestimmt was anderes. Tannenlitter. Nein. Tütchen leer. So. Und schluckst das zweite Tütchen. Das wird prima schmecken. Die Rosenbaum wird begeistert sein. Und ich kann für immer bei euch bleiben.